hier in ankara war safe auch okay in ankara das sind gar nicht so viele okay aber ich denke mal edin und istanbul naja kannst du eigentlich mit dem osman eigentlich inzwischen frieden machen ich könnte mal gucken als zivilist wurde gefangen genommen aber ein bauarbeiter sollte schon lange was war ich gucke jetzt gleich mal ja wir hatten wirklich lange kein krieg mehr außer solchen bauarbeiter von denen attackiert habe weil ich halt auf alles draufgehe was sich bewegt und feindlich gesinnt ist ja du hast das schlau gerade schlau gesagt ich habe nur noch minus 8 gold und 125 mittlerweile wieder meine forschung ist wieder hochgegangen und ich glaube diese runde dann nächste runde kann ich diese runde kann ich eine technologie stehlen man sich darüber so freuen sollte was glaube ich dir denn normal bauteile wollte ich nur normen bauteile ja erforscht du die gerade nicht noch mal um junge ja es gibt offiziell keine westfront mehr für mich was hast du gemacht also ich habe seine stadt eingenommen welche stadt also in urland war noch ist eine stadt oben ach so da habe ich noch nicht mal erforscht das sehe ich noch gar nicht ja da ist wirklich eine stadt hätte ich auch nicht erwartet man stelle sich das mal vor ich habe eigentlich schon die fast die ganze map aufgedeckt ich habe halt relativ viele truppen gerade die kann ich halt einfach mal so über die map ziehen ohne dass irgendwie juckt nee ich will das man hätten projekt hier nicht bauen wird das woanders bauen die aufgefallen dass wir bis jetzt das einen gegner besiegt haben ja und der zweite ist immer aufgefallen dass ich jetzt alle truppen da entfernt habe und jetzt eine ausbilden kann damit ich da in die stadt einfallen kann okay das ist traurig das ist mir das einfach aktuell genau nicht das ist aber viel ja so 100 prozent dass ich in etlanta mittlerweile mehrere ich glaube so zehn elf truppen getötet habe kannst du dir das vorstellen nein ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen oh mein gott ich kann eine politik einführen ich ziehe mal meinen musiker in dein gebiet damit er auf welttur gehen kann hey rate mal wer nachher mit gefühlt jedem stadtstadt verbündet sein wird rate mal wer dann genug geld hat und dir das eis vor der nase weg schnappt oh ich habe jetzt ein special agent ich könnte von euch kein tribut ich brauche jetzt 15 runden für die nächste technologie und in der nächsten runde habe ich eisenbahnen erforscht hier gibt es den verbrennungsmotor wollte ich nicht in der stadt noch irgendwas ausgebildet haben weiß ich nicht mich macht das voll kürre wenn merle an der an ihrem neuen kratzbett kratzt weil ich dann denke immer sie würde an der tür kratzen ein gegner ist in der nähe ich probiere jetzt in der runde noch mal ein bisschen ob die mittlerweile frieden schließen wollen leute jetzt hat doch mal nicht ab ihr dumm wichser ja jetzt machte ich jemand schön bauernhöfe hey da unten ist hier eine fremde artillerie wo kommt denn die her also deine artillerie warum muss ich jetzt wirklich kriege in meinem eigenen gebiet führen das nervt hey ganz mag mich ich kriege sechs einfluss pro runde auf gehen und auf ich finde meinen soldaten geschwächt worden das geht so nicht ja verständlich vor allem wenn du jetzt noch dieses bsp machst ne und so sozialprodukt mache ich doch gerade dann bist du in allen platz eins er bin ich nicht im brotosozialprodukt er nein das ist um maria theresia 238 ne mit 586 wie viel habe ich weiß ich nicht sehe ich nicht bsp brutosozialprodukt 508 ok ja machbar ich habe einen flieger was für einen äh weltkriegsbomber herzlichen Glückwunsch bist nur ungefähr und er kann einfach nichts machen warum weil er außer reichweite ist ich verlegte ihn mal nach boston ich ziehe gerade einen haufen infanterie über die ganze map nein tue ich nicht ich tue einfach nichts verlegen weil du da unten sachen machst und er immer wieder zu dir rum runter tappt hey weil dreidecker einheit modernisieren dreidecker einheit modernisieren ähm weltkriegsbomber modernisieren weltkriegsbomber modifizieren modernisieren hey weißt du was gleich interessant ist dein arsch nein flugzeugträger mhm kann ich übrigens bauen inzwischen oder die kann ich schon eine ewigzeit bauen aber habe ich nicht gebaut jetzt so die übrig gebliebene das übrig gebliebene schiff da ist jetzt auch versenkt ich sehe einfach da nur alles brennen sys state is on fire this thing is on fire produktion wählen na komm machen wir mal ein da bildschilden 17 spiel shell shock live das kumpel mit dem ich gezocke was soll ich machen soll ich jetzt habe ich nämlich viele möglichkeiten ja ok wie lange brauchst du für flugzeugträger was zu bauen ach so du hast du schon erforscht natürlich ich habe ich bin schon bei der kernspaltung pass auf ich habe nämlich jetzt folgendes problem ich kann fünf verschiedene sachen erforschen kühltechnik funkwesen elektronik ballistik verbrennungsmotor ja wird den verbrennungsmotor nennen da hast du panzer also die vorstufe vom panzer apropo ich muss auch warte mal das dauert zwölf runden in 14 runden kann ich da noch eine technologie stehlen kühltechnik braucht bei mir übrigens zwei runden werden also auf dann gucke ich mal gerade eben technologienbaum dann könnte ich dir nämlich rein theoretisch verbundene waffen stehlen dann habe ich direkt panzer die habe ich aber erst in sechs runden ja und in 14 runden kann ich dir stehlen ach so ja noch weil ich nett bin ja weil wir gerade zusammenarbeiten und du mich unterstützt weil ich hier gerade immer noch im weltkrieg festhänge während du dich so gut wie raus hältst ja ich arbeite gerade an flugzeugträgern für weiß noch nicht warum brauche ich flugzeugträger eigentlich alter weißt du was jetzt witzig wäre wenn ich mit dir jetzt krieg anfangen würde ich glaube dann wäre ich destroyed weil du mich komplett ummantelt hast ach so ne weil ich atomwaffen habe jetzt schon ja kannst du mir nicht auch atomwaffen schenken nein warum nicht weil atomwaffen kann einheit sind die man ein fremdes gebiet haben kann ups feuer wollen sie krieg erklären ups ja ups feuer so ja so ja janni gib mir mal bitte eine atombombe in washington ok ups war ein unfall so meinte ich das aber jetzt nicht was nicht oh ups ups richtig scheiße wenn wir in offene grenzen ausfallen dann werden meine ganzen truppen ja wieder ewigkeiten weggeschoben ja apropos leute lasst mich doch hier mal in jaroslav in ruhe los die infanterie bewegt deinen fetten arsch und zerstör mal kurz hier diese wichser ok alles auf im magro osmanenland ne ja diesmal sollten wir die übertrumpfen oder ne gar nicht wir kommen nur auf 16 stimmen womit mit unserer beider zusammen gezählt ja kommen wir auf 16 stimmen es gibt 13 leute die wollen ein embargo gegen dich ok es wird eindeutig ein embargo gegen dich ich meine ich habe derzeit eh keine handelsbeziehung mit irgendjemandem ich habe eine handelsbeziehung mit dir ah es stimmt eisen ja genau also ich stimme mit allen meinen abgeordneten dagegen ich habe das nicht stimmt für dein vorschlag das bringt uns aber relativ wenig aber du hast dafür bestimmt und auf einsetzen gedrückt ja stimmt nein ich kann eigentlich das ist ich kann da nicht entgegen stimmen also du hast bei meinem vorschlag dafür gestimmt ja gut seid ihr sicher ja wir haben mit dem sowieso krieg und irgendwie kriegen wir das schon wieder aufgehoben ich kann meine einheiten einfach so über die map bewegen easy soll sogar meine bomber sind jetzt schnell also schnell leer ich weiß das gold gäbe es mit babylon ich bin hier das machen wir mal da warte 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 also hier sind jetzt vier flieger gut meine ersten fliegt mein erster flieger startet was traurig ist gerade ich habe gerade die beste version dafür gebaut wenn du die normalen hast bei euch gerade die tarnkappenbombe und die düsen ja dann fick ich dich irgendwie live nein geil in Atlanta ist kein mensch mehr von denen wahrscheinlich immer noch krieg mit dem europäischen ja ich ziehe jetzt mal direkt vor seine stadt also in die nähe und fuck den mal richtig ab endlich meine städte gehören was religion angeht was wieder mir ja bis auf st petersburg jahres lauf noch ein gott herzlichen glückwunsch wir haben keine handelsbeziehungen mehr mit irgendwem es haben alle leute gefühlt dafür gestimmt wie amerika und england für genau das geschützt haben wofür wir gestimmt haben fragt mich wann die ersten stadtstaten mir einblasen naja bisher merke ich davon noch nichts dass irgendwas anders ist ich bin mit 12345 stadtstaten verbündigt ok ja und hongkong kommt jetzt auch in ein bis zwei runden und die zeige ich ja dann gleich hongkong wird gleich zu mir gehören ja das angeht hongkong sind meine freunde ich bin auch dein freund von daher ich muss praktisch denken ich brauche eine gebietserweiterung das heißt wieder hongkong oder sagen wir die katrienburg ich könnte auch ein atombaum in die fresse jagen ich kann ja auch meinen mein dickes ding in die fresse jagen lol ich kann einfach einheiten die auf die halt am ende seines gebietes sind angreifen hallo einfach nur weil ich kann mal ein bisschen demonstrieren hoch wo sind seine bauarbeiter hin hallo infanterie hallo ich bin ankara gewesen ich sehe es und du hast mich nämlich weggemoved womit ja ich wollte gerade jemand angreifen wende mit meinem flugzeug den irokesen ich rede mal mit dem vielleicht mag der jetzt frieden nein mag der immer noch nicht gut da leck mich am arsch an zerstöre ich dich möchtest du frieden mit mir wer geil der süle mann will frieden mit mir aber gegen den führen wir gerade ein offensiv wer ist jetzt ein sehr arschiger zug wenn ich sag du kannst das besser allein machen ja aber ich meine du hast nicht mit vier verschiedenen kis kriege ja er kommen macht reden mit dem jungen krieg das alleine hin ist freundlich kann ich fordern dass er mit dir kriegen frieden mit augustus caesar rom ich kann mit ihm auch einfach frieden machen dieser spieler hat keinerlei absichten mit dem staats überhaupt mit dem ihr sprecht frieden zu schließen der janni hd dann war ich schon mit dem brin habe genau diese runde erst mehr auch freundlich gegenüber sehr schön das heißt ich muss jetzt alles rüber bringen zu attila ich ziehe ich mal hier hin cool ich bin wieder kriegsfrei das tut gut ich kann ich weiß jetzt nicht was ich machen soll jetzt wo ich kein krieg mehr habe kann ich mich wieder auf meine komplette infrastruktur veranlasst verfahren und auf den bau von atombomben und auf die erforschung von atomraken ich habe übrigens jetzt diese runde mein erstes uran oh mein gott ich habe 23 kohle lol woher oh geil was ist ich habe eine neue einen großen forscher technologie entdecken okay jetzt aus nur fünf hunden okay artillerie in boston produktion wählen machen wir mal eine burg also ich habe 34 zufriedenheit ich habe 33 und ja minus zwei gold ich habe minus 41 ja das wird bestimmt noch wieder ja sicherlich ja ich habe mir gerade was gekauft wie viel glauben hast du eigentlich äh 912 was ich habe 802 und ich habe mir davon gerade was gekauft okay so möchte ich dann vielleicht noch jemand mit mir wiederfrieden elisabeth wie sieht es mit dir aus nein niemals komm mal hoch rennen die schreibt erst seit ihr des krieges müde und dann so nö frieden verhandeln nö frieden verhandeln nö na gut können wir jetzt langsam weitermachen warte ich muss gucken dass ich mit ein paar leuten noch frieden schließ euch gleich lore wir hier gibt zwei we sie aber sind sie oder wir wir